Hey, wir sind hier um eine Party zu haben und um Spaß zu haben und nicht um da in den Reihen zu sitzen und ich glaube im Endeffekt haben alle gewonnen. Ich heiße Matthias Zierau, bin 32 Jahre alt plus 22. Wie man sieht fahre ich Taxi in Berlin. Das ist ja gerade der Witz an Ask Helmut, man kann die Fahrten zu einem Konzert oder einem Theaterstück im Rahmen der Kooperation mit Mastercard gewinnen. Ja, mein Auto hat einen Namen, es heißt Louise, also Baujahr ist 1963. Ich bin jetzt über 200.000 Kilometer mit dem Auto gefahren, es ist immer noch der Original Motor drin. Ich werde ständig angeschaut mit dem Auto, vor allem Fotos werden gemacht. Was mir besonders daran gefällt, dass Leute gucken, ist, dass sie fast immer mit dem Lächeln gucken. Also natürlich rege ich mich auch mal auf. Ich wundere mich manchmal, ich fahre jetzt seit über 20 Jahren Taxi, wie kann ich mich noch über andere Verkehrsteilnehmer aufreißen? Man hat doch eigentlich alles gesehen. Mein tollstes Konzert-Erlebnis. Johnny Cash war geil. Also solltet ihr Interesse bekommen haben, in diesem Auto mitzufahren, checkt einfach die Priceless-Liste bei Ask Helmut. Und wenn ich das nur noch für mich alleine machen würde, hätte eben keiner was davon, außer ich oder meine Freunde. Das könnt ihr schneiden, oder? Ja. Ja.